Wir testen heute Hakiki Döner und wir essen einfach nicht nur den Döner, sondern wir gucken, welcher Hakiki Döner in ganz Berlin ist der Beste. Es gibt insgesamt vier Stück und wir gucken einfach mal, welcher Hakiki Döner hat die beste Qualität, das beste Fleisch, die besten Soßen, das klusprigste Brot, den besten Service. Hakiki hat ja den Ruf, einer der besten Döner in ganz Berlin zu sein. Da spalten sich die Meinungen, aber er hat auf jeden Fall einen Legendenstatus und er hat ihn auch verdient. Dieser Standard Berliner Hackfleisch Döner, da ist und bleibt Hakiki eine Größe. Diese hellroten Tomaten, was ist das? Fangen wir weiter an. Ich merke sofort, das Brot ist viel geiler. Das ist der Grund, warum wir alle Döner so lieben. Jetzt kommt erst die Soße, hallo. Er hat mit fünf Kilo angefangen, das sind jetzt 240 Kilo. Es macht anscheinend wirklich einen Unterschied, bei welchem Hakiki Döner essen geht. Hallo, ich bin Döner, ich bin ein kleines Fleisch.